Herzlich willkommen zu einem wirklich unangenehmen Thema. Ich mag das gar nicht und ihr habt es ja im Titel schon gelesen. Ich traue mich kaum, es auszusprechen. Bedürftigkeit. Wer möchte schon bedürftig sein oder bedürftig erscheinen? Niemand, wo uns doch diese Gesellschaft vorgaukelt, wir sollen große, starke, unabhängige Helden und Arbeiter und sonst in was auch immer einer Form von Superman oder Superfrau sein. Da passt Bedürftigkeit überhaupt nicht rein. Also lasst uns das anschauen gemeinsam. Ich wollte dieses Video nicht machen. Es gab aber einige Stimmen, die gesagt haben, das wäre ein gutes Thema, das betrifft sie, das spricht sie an und deswegen möchte ich das nutzen hier, um auch über diesen Begriff wieder mehr Bewusstheit reinzubringen und euch zu helfen und mir auch nebenbei bemerkt, diesen inneren Raum zuzulassen. Und am Ende des Videos wird dein Verhältnis zu dem, was wir Bedürftigkeit nennen, sehr wahrscheinlich sich geändert haben und es wird keine Bedrohung mehr sein und auch keine Scham oder keine anderen unangenehmen Assoziationen auslösen. Also hier in diesem Video hast du die Möglichkeit, dein Thema Bedürftigkeit und Bedürfnisse wenigstens zu einem gewissen Grad aufzulösen und zu bearbeiten. Wenn wir sagen Bedürftig, Bedürfnisse, Bedürftigkeit, sollten wir vielleicht erst mal schauen, was ist denn damit eigentlich gemeint? Und was sind die impliziten Dinge, die da so im Hintergrund mitschwingen, wie zum Beispiel Abhängigkeit? Wenn wir sagen Bedürftig, dann ist damit irgendwie verbunden Abhängigkeit. Niemand will sich bedürftig und abhängig fühlen. Aber bei allem, was ich ja sage, ist, dass nichts in uns wirklich ein Hindernis, ein Problem darstellt für freifließendes Leben, für erfüllende Beziehungen und realen, echten, tiefen Kontakt. Und somit ist das auch mit dem, was wir Bedürfnis nennen. Die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Und ich lade dich ein, hiermit einen neuen Umgang zu finden. Weil letztlich ist das, was uns bremst oder was das Leben verhindert oder verzerrt oder unangenehm macht, das ist immer etwas, was wir nicht auf dem Schirm haben wollen und nicht entsprechend eindeutig und klar kommunizieren und auch nicht verstehen. Wenn wir von Bedürfnis sprechen, meinen wir eigentlich, oder zumindest ist das mein Verständnis, meine Sicht, dass sich Kindanteile melden, die von uns als Erwachsene eigentlich kommuniziert werden wollen. Aber genau das machen wir nicht, sondern wir halten das entweder fern, diesen Erlebnisraum von uns und auch von anderen, indem wir das nicht sagen. Und stattdessen spielen wir eine Show vor von Unabhängigkeit oder Stärke. Oder in einem anderen Fall kann es auch sein, dass das, was wir Bedürfnis nennen, der Deckel für was ganz anderes ist. Und das hängt wieder mit den zwei Typen zusammen, Autonomie und Verschmelzung. Also wir haben im Prinzip mehrere Konfigurationen. Das soll jetzt nicht kompliziert werden, ich versuche es immer einfach zu halten. Aber wir müssen ein paar Sachen unterscheiden. Also wir haben einmal den nicht integrierten Kindanteil, nennen wir jetzt bedürftig, weil ein Kind ist bedürftig, das braucht was, zwingend von der Umgebung. Erwachsene nicht mehr. Unser Leben hängt nicht mehr als Erwachsener von anderen Menschen ab. Deswegen ist mein Verständnis, das Bedürfnis bezieht sich auf die Zeit als Kind. Und heute, wenn wir das als Erwachsener so in uns wahrnehmen und als sehr unangenehm empfinden, ist das eben, wir nennen es einfach mal Kindanteil, der nicht integriert ist. Dann gibt es ganz reale Bedürfnisse von Erwachsenen, logischerweise. Wir haben das Bedürfnis nach Kontakt, aber eben auf Erwachsenenebene. Und das ist ein Unterschied. Das heißt, das, was real und gesund ist, ist das Bedürfnis nach Kontakt, Nähe und tiefen Beziehungen. Was aus der Kindheit stammt und nicht mehr real ist, das ist dieses Gefühl von Bedürftigkeit, wo die Abhängigkeit mit eben so mitklingt, was aber eben keine Realität mehr als Erwachsener hat. So, und es gibt eben noch weitere Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel sein, dass das Gefühl von Bedürftigkeit ein Deckel ist für nicht integrierte Aggression, Autonomie, Wut, Hass, Stärke, Macht. Das kann auch noch sein. Es kann also sein, dass uns das, was wir Bedürftigkeit nennen, oder ich, nach meinem Verständnis hier in dem Video, dass uns das erscheint als eine tiefere Schicht, die noch nicht integriert ist. Es kann aber auch sein, dass es eine oberflächliche Schicht ist, die zur Abwehr von tieferen Schichten dient. Also in einem Fall stellt es vielleicht einen Fortschritt der Therapie oder der Integration dar. Im anderen Fall ist es einfach die oberflächliche Schallplatte, die immer abgespielt wird. Und im ersten Fall, wo das eine Vertiefung darstellt, wenn wir da drankommen, das betrifft eher den Autonomie-Typ. Logischerweise, weil der Autonomie-Typ das Selbstgefühl und Selbstbild hat von absoluter Unabhängigkeit, eine unrealistische Unabhängigkeit, die nichts und niemanden mehr braucht. Und wenn ein Autonomie-Typ plötzlich das spürt, diese Kindanteile, selbst wenn die noch nicht integriert sind, diese Bedürftigkeit, dann ist das ein Fortschritt. Dann hat der Autonomie-Typ eine tiefere Schicht von sich selbst erreicht. Das ist ein großer Fortschritt. Und das Selbstbild und das zwanghafte Ausleben von Unabhängigkeit, das verliert dann an Energie, was ja Leid bringt für den Autonomie-Typ. Auf der anderen Seite, beim Verschmelzungstyp, ist eher die Tendenz, dass wir es dabei mit dem Deckel auf dem Ganzen zu tun haben. Das heißt, die Bedürftigkeit ist das, was der Verschmelzungstyp sehr schnell spürt, oft verbunden mit Tränen, mit einem Gefühl von Abhängigkeit. Und damit wird der eigentliche nicht integrierte Kindanteil, nämlich die Wut und die Aggression, die wird damit unter Kontrolle gehalten. Und beides hat damit was zu tun, was in der Kindheit mit dem Umfeld funktioniert hat. In einem Fall konnten die Nähewünsche, das Bedürfnis nach Nähe und Verschmelzung als Kind, nicht realisiert, nicht erlebt werden, hatte Bindungsverlust oder sogar Gewalt in welcher Form auch immer zur Folge. Und auf der anderen Seite, der Verschmelzungstyp, der durfte das Autonomiespektrum, Wut, Aggression, Kraft, Freiheit, Unabhängigkeit nicht entwickeln. Denn das hat in seinem Fall in der Kindheit zu Bindungsverlust, Abbruch oder eben sogar Gewalt in welcher Form auch immer geführt. Also haben wir das jeweils ausgeblendet und wie das Gegenteil entwickelt oder ausgelebt. Und dann sagen wir ich, dass das bin ich. Das heißt, im einen Fall brauchen wir uns nicht damit zu beschäftigen. Da lenkt es von dem Eigentlichen nur ab. Das wäre Verschmelzungstyp, da geht es eher um, wie gesagt, um die Autonomie und um das ganze Wut- und Aggressionsspektrum. Und natürlich, wenn das integriert ist, kann es sein, dass dann das eigentliche Bedürfnis darunter auch nochmal sichtbar wird oder auch nochmal spürbar wird, was aber dann nicht zur Abwehr eben von dem ganzen Autonomiespektrum gehört, sondern was dann sozusagen wirklich ein noch tieferer, nicht integrierter Anteil ist. So, das heißt, wir haben verschiedene Konfigurationen, Möglichkeiten, was das bedeuten kann für uns, wenn wir sagen bedürftig. Und letztlich bezieht sich das ja immer auf einen Wunsch nach mehr Nähe. So ist das zumindest das, wie ich das verstehe. Bedürfnis nach einem Gegenüber, nach mehr Nähe. Wenn wir sagen bedürftig, assoziieren wir das eher nicht mit dem Bedürfnis, sich zu distanzieren und unabhängig zu sein und unser Ding zu machen. So, die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Wegdrücken, betäuben, ignorieren, keine gute Idee. Ausagieren, wie das der Verschmelzungstyp macht, auch keine gute Idee, weil diese Anteile, die nicht integriert sind, sich in jedem Fall auf die Beziehung auswirken. Entweder indirekt oder direkt, in jedem Fall führt das zu Distanzierung. Und im schlimmsten Fall zu Trennung oder Konflikten oder gar Gewalt. Wir müssen also einen anderen Weg finden, damit umzugehen. Und der Weg, den ich ja immer auch den Menschen versuche nahe zu bringen, ist eben das ehrliche Kommunizieren dieser Anteile dessen, was nicht integriert ist. Das führt dazu, dass wir es nicht abspalten oder verdrängen oder was auch immer machen müssen. Es darf da sein, aber es wird nicht ausagiert. Und dadurch ist es für den Partner, für das Gegenüber weder beängstigend noch belastend. Und damit kommt es in die Lösung, weil es endlich kommuniziert wird und damit das Nervensystem realisiert, ah, da ist jemand, der kann das hören. Der hat gar kein Problem damit, so wie früher in meinem Umfeld, meine Eltern. Das heißt, dieser Gefühlsraum ist gar keine Gefahr, ist gar kein Problem. Der führt nicht mehr zu einer Defensivreaktion des Gegenübers auf Beziehungsebene, sondern das darf da sein. Ich darf das teilen. Ich darf diese Räume von Bedürftigkeit aus meiner Kindheit mit meinem Partner heute als Erwachsener teilen und kommunizieren. Und dafür muss ich das aber in einer bestimmten Form mitteilen. Das kann ich nicht einfach so daherreden, weil es funktioniert nicht. Im schlimmsten Fall wäre das eine Art von Selbstmitleid und Herumjammern. Das ist nicht das, wie das funktioniert. Da wäre man mit identifiziert, sondern wir müssen das als Erwachsener kommunizieren, als wie als etwas Getrenntes von uns. Und das hat nichts mit Trennung oder Distanzierung zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ein Erlebnisraum aus der Kindheit von einem Erwachsenen erlebt wird und somit auch von einem Erwachsenen kommuniziert werden kann und muss. Also, das würde zum Beispiel bedeuten, ich fühle eine große Bedürftigkeit. Mein Kopf denkt, wenn ich dir sage, dass ich große Bedürftigkeit fühle, dass du mich dann verlässt oder dass du mich angreifst. In meinem Körper spüre ich Anspannung. Mein Kopf denkt, dass ich Bedürftigkeit besser für mich behalte. Mein Kopf denkt, dass ich von dir abhängig bin. Das wäre die Art, wie man das im ehrlichen Mitteilen kommunizieren würde, dieses ganze Spektrum. Wichtig sind die Anfänge, die Satzanfänge, die uns von der Identifizierung mit diesem Erlebnisraum lösen. Und somit kann der Partner oder der nahestehende Mensch das gut hören. Und es ist kein Problem für ihn. Das wäre also der Umgang mit diesem Gefühlsspektrum. Bedürftigkeit, Abhängigkeit, was alles nicht mehr wahr ist als Erwachsene. Und manche Menschen müssen das wirklich immer wieder hören und sich auch selber klar machen, dass sie erwachsen sind. Das gilt besonders für die Verschmelzungstypen, die eben häufig mit solchen Kinderteilen identifiziert sind und sich darin visulendauernd und damit vermeiden, dass sie sich erwachsen fühlen können. Denen muss man das immer wieder sagen. Du bist erwachsen. Schau in den Spiegel, wenn dir das nicht klar ist. Wie alt bist du? Wie lange möchtest du noch kleines, hilfloses Kind spielen? Wie lange möchtest du dich noch so fühlen? Ja, aber auch der Verschmelzungstyp muss damit anfangen, das, was da ist, zu kommunizieren. Das heißt, auch der Verschmelzungstyp muss diese Dinge kommunizieren. Genauso wie ich es eben vorgemacht habe im Sinne des ehrlichen Mitteilens. Und dann kommt er eine Schicht tiefer. Das heißt, letztlich spielt es keine Rolle, in welcher Konfiguration das auftaucht. Ich erkläre das jetzt nur, um mehr Verständnis da reinzubringen, mehr Sicherheit, damit ihr den Weg seht. Aber letztlich, egal wen es betrifft, es geht darum, das im Sinne des ehrlichen Mitteilens zu kommunizieren. Das, was da ist. Und wenn sich das jetzt so anfühlt, ich fühle mich gerade wie ein kleines, hilfloses Kind, stark bedürflich, völlig abhängig, dann teile ich das so mit. Und dann realisiere ich immer mehr, dass ich erwachsen bin und dass dieser Zustand keine Realität mehr ist und auch keine Gefahr mehr darstellt. So, das wäre ein bisschen was zur Bedürftigkeit. Und dieser Gefühlsraum darf da sein. Der darf da sein. Nichts in uns, egal ob integriert oder nicht, ist ein Problem heute. Und wenn wir es spüren, teilen wir es mit. Und damit löst sich das auf. Und was übrig bleibt, ist der Erfahrungsraum des Erwachsenen. Wenn alle nicht integrierten Gefühlsräume kommuniziert wurden und dadurch integriert wurden, bleibt der Erlebnisraum des Erwachsenen übrig. Und das ist die Realität heute. Und dann können wir sagen, wir leiden nicht mehr. Aber das Leiden hört schon auf in dem Moment, wo wir kommunizieren, was da ist. Das ist eigentlich der Punkt, wo das Leiden zu Ende ist. Das Leiden existiert nur so lange, solange wir etwas zurückhalten und nicht mitteilen oder uns nicht trauen, es mitzuteilen. Das zum Thema Bedürftig.